Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von DSX Human Revolution. Hey, 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 jetzt beruhige dich halt mal kurz, okay? Oder du? Also, in der letzten Folge... Meine Güte, der Roboter, hey? In der... In der letzten Folge sind wir quasi hier in diesen Trakt reingekommen. Und haben uns so ein bisschen umgeschaut. Und sehen, ja, hier sind Leute, die angeblich was verbrochen haben, aber anscheinend doch nicht. Und die werden für Sachen missbraucht. Ich glaube, das Hydra Project wird es genannt. Das ist das, was ich mir mittlerweile so ein bisschen zusammenreimen kann. Und wir stehen vor der Entscheidung, sollen wir unseren Praxispunkt für diese Wand einsetzen? Die ist ja ein bisschen kaputt. Und da könnten wir uns, glaube ich, durchschlagen und da hinten was finden und uns auf jeden Fall hochklettern oder so, ja? Wäre cool. Oder wir setzen den Praxispunkt ein, um die Roboter, die hier rumfahren, zu übernehmen. Oder übernehmen zu können, was uns auch... auf längere Sicht helfen wird. Also beides wird uns auf längere Sicht helfen. Ja, die Roboter sind oft echt scheiße. Aber die zu übernehmen kann oft echt helfen. Und da ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Und vielleicht merkt ihr, ich laufe da so... Wie sagt man? Ganz geschmeidig hier hoch. Um den Punkt für die Roboter auszugeben. Ja, ich muss sagen, die Roboter... Ich mag sie nicht. Und ich will sie auch nicht haben. Und deswegen übernehme ich sie hier. Und werde sie ausschalten. Ich könnte sie natürlich auf Gegner einstellen. Aber, äh, wie sagt man? Wir are over dead. Ja, also... Ich fange dem ja nicht mit Englisch an. Weil ich glaube, meine Aussprache ist ja nicht die optimalste. Quasi. Aber das sind wir drüber hinaus, sozusagen. Müssen wir uns nicht geben, diese Schmach. Gut. Roboter sind aus. Ähm, und wir können auch theoretisch weitergehen. Es gibt nur noch ein Problem. Und zwar brauchen wir noch einen Teil von dem Rakisenwerfer. Für Quinn. Und... Ich bin mir echt nicht sicher, ob das hier... Ob wir das finden müssen. Wir müssen... Wo war es nochmal? Administration Bay war es nicht, ne? Ja, das sage ich nämlich immer, ne? Auf jeden Fall irgendwo hier... Äh, gibt's das... Wo wir hin... Was heißt irgendwo hier? Irgendwo gibt's was, wo wir hin müssen. Ah, guck mal, da wären wir hochgekommen. Deswegen war die Tür offen. Erster. Äh, uns fehlt noch ein Teil vom Raketenwerfer. Und den finden wir... Irgendwo, das hat uns gesagt. Wie soll ich das so ganz vergessen? Oh, können wir denen reden? Das machen wir dann gleich. Das Problem ist irgendwie nur... Wir wissen nicht ganz, wo es ist. Und ich will nicht so viel Backtracking eigentlich machen. Aber es kann nicht ja schneiden. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Na gut, reden wir mal mit den Einsassen. Das regelt sich schon noch. Beide auf, du wirst jemanden verhören. Oh, sorry, weil ich eine Waffe habe, oder was? Du, du musst wissen, dass das falsch ist. Nein, du kannst nicht nur jemanden aus der Straße holen und holen sie auf. Wie kannst du blind mit ihnen zusammengehen? Das ist illegal. Du kannst nicht immer noch so kalt halten. Du holst innochen Menschen und sie wie Labracks. Du bist ein Monster. Ja, sorry. Ist ja nicht so, als wäre ich da auf jeden Fall d'accord. Können wir das hacken? Äh, ja, versuchen wir mal zu hacken. Gucken, wie schwierig das ist. Auch Sicherheitsstufe 3. Wir könnten doch eigentlich einfach drüber hüpfen, ja? Äh, wenn wir entdeckt werden, brechen wir ab und hüpfen drüber. Na, schauen wir. Jo. Hüpfen drüber. Da sparen wir uns die mehr oder weniger. Scheiße. So. Blup. Ganz einfach. Und die Roboter sind natürlich immer noch sehr gefährlich, du. Fällt mir gar nicht, dass die da sind. Aber die geben EP, wenn man sie zerstört. Wenn wir jetzt doch einen Nahkampfangriff hätten. Das wäre, das wäre ein Traum. Ja, gut. Oh! 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 Hey, wie sieht's aus? Ich hab' noch nicht ins Wasser gelangen. Meine Güte, die regen sich auf hier über Waffen. Ich könnte ja vielleicht ein Retter sein. Ich rede nicht mit dir, du hast ne Waffe in der Hand. Nö. Das will ich nicht. Moment. Bin ich jetzt hier im Kreis gelaufen oder? Noch nicht ganz, ne? Aber da hinten... ... das ist die Traumese von Justin. Gucken. Da kommen wir... Da gibt's ja nix, wenn wir da weiterlaufen. Da gibt's im Lüftungsschacht vielleicht was. Da könnte was geben, aber... Bin mir auch nicht ganz so sicher. Können ja trotzdem mal hingucken, kurz. Äh, geht da fix. Ah, da waren wir aber schon, ne? Da haben wir die zwei Dinger verschoben. Ja. Kommen wir hier rein? Nee, aber... Ich kann runtergucken aus irgendeinem Grund, okay. Was auch immer das bringt, weiß ich nicht, aber... Egal. So, ganz einfach. Und weiter geht's nach oben. Weiter vergrüßen wir das Backchecking, das dann getan werden muss für den Raketenwerfer. Oh! Du liebe Güte. Äh, du liebe Güte. Was ist denn das für ein fesches Teil? Bringst du ja nochmal was Neues mit rein. Aber das ist jetzt auch nicht so bombastisch, muss ich ehrlich sagen. Aber schon eine coole Idee. So, willst du nochmal vielleicht reden? Hör, ich werde alles, was du willst, ich sage. Nur lass ihn mir wieder aufhören. Ich bin kein Terrorist. Hier ist er dir... Achso. Hör, ich werde alles, was du willst, ich sage. Ja, du brauchst dich nicht wiederholen. Ich verstehe dich auch beim ersten Mal. Oh. Oh, das ist aber schwierig. Wie kann man diese Falle... Nur umgehen. Oder es sind vielleicht Leute drin, die man befragen muss. Aber man weiß es natürlich nicht. Äh, aber wahrscheinlich eher nicht. So. Haben wir hier alles? Liegt da oben was drauf? Nee. Es geht doch theoretisch ein bisschen weiter hoch, aber nicht für uns. Äh, Security Checkpoint für Interrogation Wing. Äh, das ist auch so ein bisschen laut. Ich hoffe, man hört meine Stimme danach. Darum bin ich eher mal ein bisschen leiser. Wenn man sie nicht hört, die Stimme, ich rede da ein bisschen lauter. Aber ich bin mir nicht sicher. Man könnte sie vielleicht hören. Vielleicht auch nicht. Das sind alles Sachen, die erfahren wir noch. Irgendwann. Na gut. So, jetzt. Ähm, ja. Gucken wir mal hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann krieg ich mal ein paar Squats gemacht vor lauter, wie sagt man, vor lauter Spannung. Wo geht's denn hin? Befragungstrakt. Ja. Fuck. Wir sind auf jeden Fall zurück. Hab ich mir aber sowas von sicher. Auha. Kann man die Leute von oben anschauen, wie sie befragt werden. Das ist natürlich schon ein bisschen, ne, reudig, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schon ziemlich reudig. Äh. Oh, was gibt's denn hier? Ein Cyberboost-Riegel. Das ist aber toll. Hier sind jetzt so die netten Befragungen und die Nachbesprechungen eventuell. Und Bier. Wollen wir gleich verzehren. Wir wollen ja unsere, unsere lieben, wie sagt man, steigern. Und mit Bier geht das ganz gut. Jetzt schauen wir wieder bei 150. Und haben noch zwei, ähm, Stim-Dinge, Bums, irgendwas. Oh, Audio-Log. Das wollen wir uns mal können. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Tiffany, slow down. What are you talking about? Where'd you get that? I found it in the last shipment of materials we received. One of the boxes had been tampered with blatantly. Someone was sending this to me, to us, to warn us about Commander Burke. That sounds a little far-fetched, don't you think? I know the two of you have butted heads, but Bob's assured me that the Commander is with us on this. Really? So Mr. Page is okay with us using unwilling human test subjects, is he? What's his opinion on Bell Tower using the OCM to further their military aspirations? Ask him about this Hydra project. Tiffany, calm down. I know all about the Hydra project. It's nothing nefarious. It's simply a means of allowing soldiers to communicate more efficiently when in the field. You've seen Burke's augmentation. It has nothing to do with the OCM. So, you think his obsession with this technology is because he's an environmentalist? Gary, I know this bothers you too. Those poor women. We can't keep doing this. We can't just rush blindly ahead and let men like Burke pull our strings. Science has made that mistake before. I know. Alright. Alright. Let's go down below and contact Bob. We'll see what he has to say about this. I know he's intrigued by the nanotech possibilities. And certainly, he's disappointed by the results we've had. Okay. Auch sehr clever, das aufzuzeichnen, was sie über Burke halten. Ähm. Naja. Was soll man dazu sagen? Side Story für uns. Ähm. Ist natürlich... Ist natürlich die Frage, ob die Leute das überlebt haben, mit Bob zu reden. Weiß man natürlich nicht. Und noch so'n Hypostim. Aber wir kommen ganz schön viel hier bis hin. Es ist auf jeden Fall jetzt nichts, was sich gutheißen kann. Äh. Es kommt wahrscheinlich bald ein Burke. Kampf mit Burke. Aber ich hoffe, wie... Wie gesagt, wir werden echt gewarnt. Bevor wir... Keine Nebenmissionen mehr machen können. Weil wir wollen unsere Nebenmissionen ja noch machen. Hm? So, jetzt sind wir hier... Oh, das sieht alles so... Boah. Ich hoffe echt, wir kommen nochmal zurück. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich... Ich bleibe ruhig. Ich versuche. Just... Don't hurt me anymore. Calm down. I'm not gonna hurt you. You're not one of them? One of the scientists? Please. You've got to get me out of here. You've got to do something before they come back. I don't want to disappear like all the others. Oh... Das ist natürlich... Ihre Geschichte... Äh... Gehen... Ich weiß, das klingt grausam, aber ich kann im Moment nicht helfen. Tschüss. Verantwortliche. Wegen dieser Anlage. Fragen wir mal wegen der Geschichte, dann ist sie vielleicht gesprächsbereiter. Bisschen Smalltalk. In so einer Situation. Es ist okay. What's your name? Nina. Nina Sullivan. I don't know why they're holding me in here. They just grabbed me off the street. I heard Cape Town is dangerous, but I thought... With all the security around... Cape Town? South Africa? Isn't that where we are? I blacked out. They drugged me, I think. I was on vacation in Cape Town at the end of the summer. I was going to be starting senior year in the fall and I wanted to have an adventure. My parents must be so worried. I take it you're not a terrorist then? No. I've never done anything wrong. Never demonstrated against anything or... Anything. But... Neither have most of the girls here. I'm not sure about the men, but... Please. Can't you get me out of here? I'm not sure that you could take them out. It's hard. We need to bring them out. We tenho a bit more than a bit. We need to make them turn. Or... ...or maybe... No, we don't know what happens. He knows what he's coming, or... He doesn't have any stopping. So, yeah. And he is hard to bring them out. It's hard. That's hard. What is it? Who is a man? Who is that? Where is the one? Ich bin nicht sicher. Er kommt mit, aber nicht so oft. Ich weiß, dass er die Anrufe hierher gibt, aber er ist nicht so interessiert in uns, außer irgendwelche Psych-Tests und Fragen. Er bringt uns meistens an die Doktorze, oder Wissenschaftler, oder was auch immer sie sind. Sag mir über diese Wissenschaftler. Ist eine von ihnen eine Frau? Named Reed? Ich weiß nicht. Ich meine, es ist eine Frau, aber sie ist Kavanaugh, nicht Reed. Ich habe den Anruf von ihnen gehört. Sie sieht anders aus. Sie mag nicht, was sie uns tun. Ich kann mir nicht helfen, dass sie diese Dinge gefordert werden. Die anderen uns nur als Tiere. Es ist schrecklich. Ich will nur nach Hause gehen. Ich will dir helfen, aber du musst ruhig bleiben. Und was hast du gesagt, dass sie sich wie die anderen aussehen? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich weiß nicht viel. Ich habe gehört, und habe gesehen, was sie gemacht haben. Und ich weiß, was sie für mich gemacht haben. Biopse, blood samples, Tissue Cores. Ich glaube, ich bin eine Art von Lab Rat. Ist das, warum du hier zurückkommst? Sie verabschieden von den anderen? Das ist das, was sie studieren und examinieren. Sie sehen, ob wir sind kompatibel oder was. Ich weiß nicht was sie von uns. Ich weiß, was sie von uns wollen. Manchmal sind wir zurückkommen. Die anderen denken, dass sie nicht gehen. Aber ich denke, dass sie irgendwo anders sind. Eine andere Facilität, vielleicht. Oder irgendwo anders. Warum? Was macht dich das? Weil sie mit uns sprechen. Es ist, wie sie einen perfekten G-Match suchen. Ich bin nicht ein Doktor. Ich verstehe das nicht. Ich will sie nicht mehr nicht mehr zu touchen. Ich weiß, das wird kräftig sein, aber ich kann dir jetzt nicht helfen. Du wirst mich hier hier verlassen? Du kannst! Du hast keine Ahnung, was es ist. Bitte! Ich kann dich noch nicht abhängen. Ich kann dich noch nicht abhängen. Oder gehen in die Halle, auf die Gäste. Ich glaube, wenn ich dich rauskennen werde, ich werde. Aber dein best bett ist, dass du aufhörst. Ich werde sie aufhörst. Ich werde sie aufhörst. Berk und die beiden Doktorien waren gerade hier, nach der Morgue. Ich werde ihnen sagen, dass du hier bist. Ich werde. Ich werde mich rauskennen, oder ich werde sie sagen. Und dann was? Du denkst wirklich, dass sie dich rauskennen? Ich bin immer noch die beste Chance, aber du musst aufhörst. Bitte! Geht gar nicht los. Ja, sorry. Das geht wirklich nicht. Ähm. Aber ist einfach so. Da muss man drüber hin... wegziehen manchmal. Und ein Audio-Log. Du bist bitte ein bisschen reicher. Leise da hinten. Ich muss hier... Oh, wir können da auch natürlich ein PDA verlassen. Das ist auch was Tolles, ja? Äh... Das haben wir schon gelesen. Akten. Tiff. Ich habe den Großteil der klinischen Patienteninformationen aus der Bell Tower Workstation genommen. Äh, genommen. Es gefällt mir nicht, dass Bell Tower Zugriff auf unsere Daten hat. Und ich glaube, Paige würde es auch nicht gefallen. Anscheinend färbt ihre Paranoia wegen Berg auf mich ab. Sie können ja auch mal einen Blick drauf werfen. Mhm. Die Workstation 25. Das ist vielleicht auch mal interessant. Oh, was gibt's denn da? Nichts. Aber wie gesagt, das Audiolog. Hören wir uns mal an. Vielen Dank. Die Placement war erfolgreich. Sie hat 48 Stunden stabilisiert. Placing die upper column in der Klinischen 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 ist mehr komplexer als in deinem Hind-Brain Augmentation, Commander Burke. Aber es ist gut in unseren Fähigkeiten. Das ist nicht unser Punkt. Ich bin ziemlich sicher, was dein Punkt ist, Doctor. Ich habe die Ergebnisse, die ich benutze. Gary? Gary, sie ist wundern. Ich bin sehr ähnlich. Die Wind-Brain-Brain-Brain-Brain-Aufigung. Die Blumen und Herz und Klinischen Klinisch sind aufw composiert. Die Blumen-Brain-Ben-Brain-Aufigung Es ist eine Rupte in der Circle des Willis. Anterio-Cerebral-Arterie. Shit, shit! Ich muss da rein! Es ist schon zu lange, Tiffany. Du wirst das. Ist es noch nicht so жив? Ich weiß, dass sie noch nicht so gut ist. Ich verstehe, dass sie so schnell verabschiedet wurde. Die Arterial-Degeneration war deutlich besser als erwähnt, aber trotzdem, die neuen Komponenten sollte es funktionieren. Alles klar, entspannen den Körper. Ich habe den nächsten verabschiedeten Kandidaten vorbereitet und siehe zu dir, Dr. Cavanaugh. Lass ihn. Zivilia Nina, 20. Verbindung unbekannt, Risiko gering. Studentin. Amnese-Gespräch zeigt keine Gegenindikatoren. Keine Vorkrankungen, blablabla. Mag innerhalb akzeptabler Toleranz. Warte auf Transfer ins Labor. Früherer Bruch der Elle, vor sieben bis zehn Jahren. Okay. So, was ist hier? Oh, ihr Louis. Any wood? Chain dough. Das ist eine Chain dough. So lebendig schaut es ja auch nicht mehr aus. Galagal-irgendwas. Chun Wang. Okay. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal die Räume hier an. Gucken wir mal, was wir da finden. Ja. Die Folge ist zwar schon nah am Ende, aber ich glaube, die Räume kriegen wir noch durch. Äh. Hoffe ich zumindest. Ich muss mich natürlich ein bisschen beeilen, wenn wir untersuchen, aber es ist zu schwierig. Ist das so untersuchen jetzt auch nicht, dass wir da irgendwas vergessen könnten. Obwohl. Ach, es gibt nur noch einen Raum. Ja, den. Der ist, glaube ich, noch drin. Oder? Nee. Der Raum ist, obwohl. Doch. Der Raum ist noch drin. Dann haben wir das Lesen schon mal für diese Folge gepackt. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, wo es weiter hingeht. Ein Speichelmedium. Das ist bestimmt für irgendwas gut. Gleich mal Quicksafe. Ne. Speichelmedien sind super. Oh, was ist das? Schlafwandel der Welt. Wacht auf. Die Geschichte. Überall um sie. Das geschieht überall um sie herum. Das geschieht hier. Und jetzt. Die Illuminatis sind mit der Schulter an allem. Kennt man ja. Oh, mal gucken, was wir hier drin haben. Oh, wir haben sogar das Passwort. No more Terras. Ne. No more Terras. No more Terras. Gott, bin ich dumm. Ah, jetzt muss ich alles einsehen weg. Machen mit Backspace. Also keine Tränen mehr. Ja, sehr philosophisch. Materialanforderungen. Städel, Knochen, Zangen. Dekompressionswund. Spreizer. Untersuchungshandschuhe. Pleumatischer Mikrochirurgischer Bohrer. Angekommen, Gary. Ich habe die Materialien irgendwas ans Lager weitergeleitet und sie wird bereits bearbeitet. Die Lieferung erfolgt über die üblichen Kanäle. Ankunft innerhalb von 24 Stunden. Eric. Äh, Subjekttransfer. Savage. Die nächste Lieferung von Subjekten wird bald eintreffen, ob Sturm oder nicht. Ich schicke ihnen ein paar Männer, um ihnen, die ihnen helfen werden, die unbrauchbaren Überlebenden zurück in ihre Zellen zu bringen. Von dort aus werden sie neu verkapselt und zur Omega Ranch gebracht, wo sie hoffentlich nützlicher sein werden. Außerdem muss die Leichenhalle leergeräumt werden. Entsorgung und Transport nach Hengsha wurden wie üblich bereits veranlasst. Trotz der Zuversicht von Ihnen und Dr. Kavendak oder was auch immer, nehme ich an, dass wir den Platz brauchen werden. Außerdem will ich einen Statusbericht von Verladerampe 3. Die Arbeit geht sehr langsam voran. Die Hardware wurde vor einer Woche installiert und seitdem ist anscheinend nichts geschehen. Weshalb die Verzögerung? Es ist enorm wichtig, dass auf dieser Basis eine funktionierende Hydra-Version implementiert ist. Ich verstehe gar nicht warum. Äh, gar nicht. Warum Sie so zimmerlich sind, Doktor. Und ich werde das nicht länger hinnehmen. Schaffen Sie jemanden da rein und sorgen Sie dafür, dass die Arbeit erledigt wird. Burke. Äh, Jane Doe. Alle Tests... Äh, Moment. Äh, ich glaube ich beide geleitet. Vielleicht auch nicht. Ich lese trotzdem mal das untere. Alle Tests an irgendwas Jane Doe sind abgeschlossen. Äh, werde normal irgendwas 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 irgendwas. Fachmännisches Zeugs auf jeden Fall. Alle anderen Resultate bewegen sich innerhalb der festgelegten Toleranzen. Die genetische Marker bestätigen anscheinend unsere Ergebnisse. Wir können immer noch nicht sagen, wie wir... Äh, wie das Interface unter Belastung regulieren wird. Aber es sieht gut aus. Ich zögere noch, aber das hier könnte das richtige Subjekt sein, um Ihren Plan einer drahtlosen Hydra-Funktionalität mit direkter Verbindung zur Verteidigungsanheit in Verladerampe 3 umzusetzen. Savage. Das sind gute Nachrichten. Bring sie die Kandidaten zurück in die Leichenhalle. Ich komme kürz hinunter und schließe den Transfer ab. Dr. Kavanagh soll die vollständige Implantation vorbereiten. Kommande Burke. Äh, danke Gary. Aber ich schaffe das hier unten schon. Wenn wir etwas vergessen, kriegen wir es trotzdem hin. Außerdem liefert Eric immer innerhalb von einem Tag. Wir können also nachbestellen. Sie müssen Mr. Page überzeugen. Ich weiß, dass das, was wir hier tun, sie auch mitnimmt. Ich weiß, dass der mögliche Fortschritt unglaublich ist. Aber zu welchem Preis? Er ist zu hoch. Es macht mich krank, was wir diesen Leuten antun. Und was Burke angeht, er sollte mir besser aus dem Weg gehen. T. Der Wobbel geschrieben. Tiffany. Ich bin gerade dabei, eine Materialanforderung für die nächsten Testserie an VOL zu schicken. Burke hat bereits gesagt, dass die Schiffe andocken, sobald der Sturm sich gelegt hat. Und wir werden also ziemlich beschäftigt sein. Außerdem werde ich die Basis für einige Tage verlassen. Sie müssen die Fortschritte also alleine durchführen. Bob will wegen der Fortschritte persönlich mit uns reden. Er bringt einen gewissen Mr. Everett mit. Wahrscheinlich einer seiner Geldgeber. Drücken Sie die Daumen, dass ich Sie für Nano interessieren kann. Oder zumindest einen Einblick in Reeds Forschung bekomme. Ich habe das Gefühl, nicht bloß, dass wir uns im Kreis drehen. Versuchen Sie, sich bis zu meiner Rückkehr nicht mit Burke anzulegen. Gary. Und mit diesen Informationen verlassen wir die Folge und in der nächsten Episode geht es dann weiter. Danke fürs Zuschauen.